Endlich wieder normale Leute! Hallo und herzlich willkommen! Es ist die erste Mal für mich und es ist fantastisch zu sehen, ich sehe euch als eine große Familie, als eine große Gruppe von Freunden, um meinen Vater zu erinnern. Fangemeinschaft, so ein Zusammenkommen, wo alle wirklich das Gleiche mögen. Das ist eigentlich ganz cool. Also das ist wie Familie. Hier ist kein Stress, alles in Ruhe. Das ist wie Familie und das ist das Schöne. Normale Leute. Normale Leute, es geht um das Frenzern und Französisch, ganz einfach. Ja, da bist du ja hier unter den richtigen Leuten. Ja. Ich zeh rein! Drei! Zwo! Eins! Drei! 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 Vielen Dank.